steve ich danke dir noch mal tausend mal für den tipptipp mit dem mit der trifilar optokoppler ansteuerung ich komme zwar noch nicht so richtig ganz dahinter wie was funktioniert aber verblüffend ist es schon mal also so schnell wie jetzt habe ich solche batterien mit so einer stromaufnahme noch nicht geladen bekommen mal ein bisschen die kurven beobachten hier mal schauen ja aber erst mal schon mal gut zu wissen dass das hier funktioniert ja ich 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 ich